Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 Nordfrisch Marsch Projekt. Einen wunderschönen Mittagwünsche. Ja, wir sind jetzt wieder da auf der Nordfrisch Marsch 4-Foch und in der letzten Folge sind wir ja beim Onsen schön geblieben. Der Morte ist jetzt noch fertig mit Mais und dabei haben wir nichts mehr zu tun. Und jetzt habe ich gesehen, damit wir da 5.504 Liter Morte haben, ich glaube jetzt, wenn wir die verkaufen gehen, bei der Molkerei für 9.16. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns ein Foss, wo es das lauten kann und dann geht es da hin. Wo ist denn der Fast Track? Ah, der steht da oben. Den werden wir einmal zurückbringen. Jo, und dann fangen wir mit dem M4-Fach. Dann passt es. Jo, dann schauen wir an, ist da was drinnen? Hier gut ist der Lein. Äh, schnappen wir uns den Tabellen mal. Den Hof mal fahren weiter. Ja. Oh, da ist mir ein Bieselchen. Hier ist mir ein Komposter Bieselchen. Das ist ein Komposter Bieselchen. Ich weiß, ob das denn geht. Ja, ich sehe kann. Dann kippen wir das mal wieder ein. Da haben wir mit dem Koppos. Ich werde das jetzt noch einpacken, dann gehen wir mal auf den Fast-Track. Der ist da. So. Die Leute wollen steuern mal auch mal zum Pementer. Das Ding muss wieder aufgefüllt werden. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir ein paar Dings haben. Ah, da steht eh noch ein Foss. So, dann schnappen wir uns das Foss. Da ist nix drin, das passt. Dann gehen wir mal dorthin den Müll aufladen. Dann schauen wir gleich weg. Dann gehen wir mal an. Das ist wieder vorkenster am Werk. So. So. Geht denn los? Hey, wie funktioniert das jetzt? Ah. So. Das werden wir jetzt dann machen. Aber zuerst werden wir dann einmal die Dings verkaufen. Äh, die Sähmaschine auch. Und dann schauen wir gleich weiter. So. So. Der bleibt durch stehen. Den schnappen wir uns. Der ist so genau. Der ist fertig. Mann. So, mein Kollege. So. So. Geh ich mir dahin wieder. Mal wieder zum. Und dann kann ich wieder weitermachen. Und dann passt das. Und dann gehen wir uns um die Dingskrieg. Und dann schnappen wir mal gut hin. Der braucht nur 10 Minuten. Dabei werden wir mit dem Whisney Mulker rein. Ah, der ist ja gleich hinten. Jetzt werden wir auch mal einen Kurs aufzeigen und dann gehen wir durch mit dem Mond. Jo, dann geht's so dahin, so, zack, so, dann können wir mit 75 kmh zum OK reinfahren. So, dann, da ist der Händler, da ist eine Saatgut zu bauen, muss man doch noch mal schauen, wenn wir wieder Saatgut bauen. Und der Prof, wo sie lebt, vorsichtig vor. Sonst haut es uns wieder raus. So, dann tun wir das an, stoppen, speichern, hol, aus, mol, rein. Aha. So, machen wir weg. Und wir schauen, wo der Träger ist. Jo, dann kommen wir ab, bis der Kultein. Und dann passt das so. Dann müssen wir schauen, was wir noch zu machen haben. Ah, da ist man, wow. Schaut aus wie groß, aber wo sie hinaus sind, oder? 5.000 Euro, naja, geht's. So, dann fahren wir wieder auf den Hof, würde ich sagen. So. So, Molkerei, Hof A. So, machen wir jetzt wieder da hin. Und die Kurven müssen wir eben langsamer fahren, weil sonst haut es uns wieder aus. Wie früher schon gesagt. Gut. Und da war's das. Und dann schauen wir, was wir noch so zu machen haben. Jo, dann schreibt's mal gerne in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Auf was wir sparen sollen. Und ja. So geht's eben da hin. So, dann sind wir auch schon wieder auf den Hof. So, stopp. Speichern. Mol. Ei. Auf. Ein. So. Passt. Dann können wir das doch wieder stehen lassen. So. Und dann schauen wir weiter. Ah, ist so. So. Dann schauen wir kurz schneller mal noch zum Dingens. Wie lange brauchst du nur noch. Sechs Minuten. So, der ist in der nächsten Folge fertig. Und dann können wir auch schon wieder mit der Unkrautingsbekämpfung anfangen. Aber naja. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen die Folge. Wenn ja, dann lasst sogar Bewertungen durch. Schreibt's dann in den Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.